Hallo, ich bin der Legendenkiller und ich zeige euch heute wie ihr die Gold Trophäe Legendenbildung mit dem Skill Game Elfmeterschießen bekommt. Gestern habe ich euch ja schon gezeigt wie es als Torwart ging, da es sehr gut ankam habe ich mir gedacht komm mach es gleich nochmal mit Elfmeterschießenden. Ich finde das ist auch ein sehr simple, ja einer der einfachsten Skill Games womit man das bekommen kann. Wie ihr sehen könnt habe ich mal Bronze vorgespult, denn ich denke mal jeder von euch wird in der Lage sein da die Zielscheiben zu treffen mit dem, wenn man vor allem auch die Zielhilfe im blauen Kreis hat. Selbst der allerschlechteste Spieler unter euch, Hendrik, sollte das in der Lage sein die Dinger da rein zu machen. Bei Silber muss man einfach nur in diese Tonnen da rein lupfen, ist denke ich mal auch kein Problem. Und bin direkt wieder mal erster in meiner Liste, den Flashball überholt, keine Ahnung wie der da nur 6000 Punkte bekommen hat, der Loser hat bestimmt irgendwas nicht getroffen. Hier bei Gold, da könnte es vielleicht zu Problemen kommen, aber ich gebe euch das Tipp, ihr müsst nämlich Schussantäuschend machen. Wenn ihr zuerst nach links zielt, wie ich das mache, dann werden die rechten freigeschaltet und wenn ihr zuerst nach rechts zielt, werden dann die linken freigeschaltet. Das kann ich euch so als kleinen Tipp geben und ich habe jetzt mit den ersten paar Dingen schon getroffen, wollte hier neu schauen, habe aber gesehen, ich habe es sowieso schon geschafft. Das heißt, wenn ihr vorher mit dem blauen schon trifft, es sollte das Ganze kein Problem sein. Also ich erkläre es nochmal, jetzt zielt so ein bisschen nach links, drückt dann Schussantäuschen, dann werden die rechten freigeschaltet. Und links ist das genau andersrum. Und ja, hier bei der Legendenprüfung kann ich euch den Tipp geben, versucht zuerst die weißen Kisten runterzuballern, denn die weißen Kisten bringen am meisten Punkte von allen. Und den Rest, ja, habe ich meistens immer versucht, die Kisten so relativ weit unten zu treffen, und zwar, dass die anderen dann runterfallen und dann kriegt ihr auch nochmal Punkte. Und doof ist nur, wenn wie hier bei mir nur eine Kiste übrig bleibt, das ist schon ein bisschen schwer, die dann zum Teil zu treffen. Aber auch hier versuche ich wieder, ja, zuerst die weißen Kisten zu treffen, denn die bringen irgendwie am meisten Punkte. Und jetzt habe ich es auch schon geschafft, haue einfach weiter drauf, auch auf dem Risiko hin, dass, ja, dass ich dann irgendwas Falsches treffe. Aber wie auch immer, das ist schon vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken, bedanke mich fürs Zusehen und seid morgen wieder dabei. Ciao!